Jo, da sind wir wieder zurück und ich glaube, der Fehler eben, der war nicht so schlimm. Was war den Ring? Falls ich Heilung brauche. Ähm, ja, weiter geht's. Würde ich mal sagen. Jo, weg mit euch. Eppettölp. Jo, wieder Heilung. Äh, ja, diesmal habe ich meinen Kern. Yes. Und die acht Essenzen der Natur. Äh, ja, diese acht natürlich, genau. Kirschen. Ich mag keine Kirschen. So, verschwinde, du Kraftfeld. Yes. Was ist jetzt? Nutze, Feuer. Ja, der alte Mann wurde angegriffen. Wie fies ist das denn? Wohin, deswegen ist die rechte Prinzessin. Was heißt Türen Rover, ne? Das war so klar. Hihihi, wir haben dich gefunden, Prinzessin Zelda. Keine Hoffnung für das Volk. Hier stecken wir im Keim. Und du wirst nun die Flamme der Verzweiflung entzünden. Hihihi. Die eine schielt irgendwie die rote da. Das Opfer ist in unserer Hand, in dem Zelda vom Antlitz hoch und aufs getilgt wird, stirbt die Hoffnung des Volkes und der Verzweiflung, äh, die Verzweiflung wird es heimsuchen. Hihihi. Es ist an der Zeit. Die Flamme der Qual und der Zerstörung vereinigen sich mit unserem großen Opfer. Opfer. Mit dem Opfer Zeldas bereitet sich das Land, äh, ganz Land, bereitet sich im ganzen Land die Verzweiflung aus. Ahahaha. Entflamme die Verzweiflung. Erwache, Ganon, König des Bösen. Hihihi. Ey, was heißt hier Ganon? Ja, ja, geil. Da darf ich gleich noch Ganon töten, nachdem ich Onox hier töte. Das guckt mich an. Gut, dann gehen wir noch in Onox Schloss. Da geht's lang. Da geht's lang. Moment, ich hab' ne Idee. Klappt das? Nein! Shit, ich hätte sie bekommen. Hihihi. Ja, ich hab geil gecheatet. Ich wette, die Tür wäre sonst zugegangen. Moment, falscher Knopf. Wow. Alles an mir vorbei ist, so. Doppelte Power. Wenn ich den Ring schon habe, dann setze ich hier noch ein. Kann ich die Viecher hier mit einem Schlag töten oder so? Ja, ich bin übermächtig. Was kommt hier? Hände! Weg! Was? Die Hände sind ein... Was? Wie schwach seid ihr denn, Kollegen, alle? Ich kann euch mit einem Schlag töten. Fresse! Was ist das? Was ist das? Was ist das? Und das? Au. Und das? Mach nochmal Feuer, bitte. Danke. Jetzt wirst du das. Shit daneben. Und das? In die Nase. Yes. Oho, es sieht aus, als wäre ich gleich bei Onox. Din! Yeah. Komm her und... Äh. Boom! Rückwärts, Stalto. Jump! Yeah. Und was kommt jetzt? Der dicke Ritter. Da kommt der dicke Ritter. Da. Es ist zu spät, Jesse. Zelda, unser Opfer, ist in unsere Hand. Bald schon kann niemand mehr die Rückkehr von Ganon abwenden. Und Onox wird dein Schicksal besiegeln. So, lass mich jetzt überlegen. Wie ging's du nochmal? Wenn ich mich recht... War das... Genau, du warst. Das wurde... Wo ich nur mit... Schwert... Rundhieb. Genau, ich kann dir nur mit... Au. Ich kann dir nur so Schaden machen. So war das. Was? Ah ja, stimmt. Doppelte Kraft. Ja. Denke nicht, ich sei geschlagen. Hältst du diesen Kampf stand? Ach, lass mich so raten. Du benutzt sie als Schild. Aber... Das kann ich mich auch noch erinnern. Ich kann sie nämlich weghauen. Mit dem Stab der Jahreszeiten. Ich hab dich trotzdem besiegt. Nein, 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 nein. Was ist jetzt los? Nein, ich will nicht. Ich will nicht fallen. Nein. Nein. Ja, okay, ist ja gut. Was kommt jetzt? Hi, Onox. Haha, beachte ich doch genug, der Schmeichlein. Spüre meine wahre Kraft und... WTF? Tim Rober hat mich aus dem Reich der Fensteres herbeigerufen. Erkenne meine wahre Gestalt. Spüre die Macht eines finsteren Drachen. Oh, falsche Richtung gesprungen. Ich wollte eigentlich in die andere Richtung springen. Kann ich dich auch einfach hier zuschlagen? Ja, kann ich. Ich hab noch mal einen Magietrank. Ja, hab ich. Gut. Moment, ich probier irgendwas... Wieso mach ich eigentlich doppelten Schaden? Ne? Das heißt... Das hat jetzt ordentlich wehgetan. Hoffe ich mal. Ich hoffe mal, ich hab dir sehr wehgetan. Aua. Boah, mit diesem doppelten Kraftring müsste es auch doppelt so schnell gehen, ne? Na? 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 Damn. In your fucking... Was ist das da oben? Crystal. In your crystal. Genau. Nicht in your face, sondern in your crystal. Ah, shit. Der letzte hat mich noch... Oh. Ho, ho, ho. So. Immer noch nicht? Was kommt jetzt? Ach, jetzt ziehst du hier nochmal durch. Ah, ich sollte ja nicht in seine Hand springen. So. Komm. Hand runter. Okay, ich wurde wieder aufgefüllt. Sonst wäre ich jetzt tot. In your fucking crystal. Yes. Oh. Nein. Jedoch. Deine Bemühungen waren vergebens. Ich hatte Orderdingen zu fangen, um Twinrover die zerstörerste Kraft eines Landes ohne Jahreszeiten auszuliefern. Ah, Kraft. Nun wird diese Kraft als Flamme der Zerstörung das Land verzehren. Ah, ha, ha. Ja, schön, du bist trotzdem tot. Das ändert nichts an der Sache. Hä? Ja, mach Sit-Ups. Nein, nicht Sit-Ups, äh, Liegestütze. Bam. Los, befreie dich. Okay, dann befreie ich dich eben. Vielen Dank, Jessie, ich wusste, dass du mich retten kannst. Nun, da ich frei bin, werden die Jahreszeiten wieder normal werden. Es ist Frühling Es ist schon wieder Frühling Es ist immer noch Frühling Weiter Frühling